Hilfe, meine Eipen gemilzt! Ah! Oh, Glück gehabt. Hier stinkt es nach Abgasen. Ein Motorradfahrer. Hey, fahr lieber mit einem Fahrrad. Das ist weniger schädlich für die Umwelt. Tim, du hast ja recht. Kannst du mir helfen, einen anderen Eisberg zu finden? Ja, einen Eisberg sieht man ja nicht jeden Tag. Da ist ein Boot, ich habe eine Idee. So, das Boot mit Veloantrieb ist fertig. Tschüss, Eisberg. Tschüss, Mensch. Yippie, ein Eisberg. Ende Von Massimo, Noel und Joel.